Wir brauchen uns, Anni! Helfer! Lass ab! Fassel dich an! Hey, lass ihn in Ruhe. Wer war das? In unserem Kern, Schlitz-Augers. Ich will alles über diesen John wissen. Wo er arbeitet, wen er kennt. Seine Eltern haben wohl eine chemische Reinigung. Verbrenn ihn, laden. Klingt doch sehr nach Abschied, mein Freund. Sich mit mir, Mann! Hör auf mein Rad und verschwinde! Verpiss dich. Ich bereue nicht vieles, aber ich hätte mich wohl nicht mit dir anlegen sollen. Bist ein gewieftes Arschloch.